Ja, Grüezi miteinander. Heute werden wir uns mit dem Weihnachtsoratorium Bach-Werkverzeichnis 244 von Johann Sebastian Bach beschäftigen. Besser gesagt eigentlich nur mit dem Eingangschor. Wir werden dabei klären, was der Unterschied zwischen einem Oratorium und einer Kantate ist. Und wir werden deren musikalischen Teile kennenlernen. Wir befinden uns im Jahre 1734, 1735. Johann Sebastian Bach ist angestellt an der Thomaskirche in Leipzig. Zu dieser Thomaskirche, da ist der Kantor, gehört eine Schule, wo Knaben unterrichtet werden, mit der Verpflichtung, dass sie eben auch im Chor singen müssen. Und die Verpflichtung von Johann Sebastian Bach ist die, dass er auf jeden Sonntag eine Kantate, also Kirchenmusik, gesungene Kirchenmusik schreiben muss. Johann Sebastian Bach gibt es in unzähligen Abbildungen. Hier sehen Sie ein paar davon. Ein ganz berühmtes Beispiel ist auch die Statue vor der Thomaskirche in Leipzig selbst. Er wird auf Briefmarken abgebildet. Bach als junger Mann. Und das Markenzeichen von Bach in dieser Zeit des Hochbarock ist wohl seine Perücke, die große Haarpracht, die eigentlich Jugendlichkeit vortäuschen möchte. Im Wort Weihnachtsoratorium steckt das Wort Oratorium drin. Wir sehen auf diesen Bildern, sehen wir einen Kirchenraum, einen Konzertsaal oder eine Bühne eines Opernhauses. In der Zeit des Barock entstand tatsächlich die Oper als neue Kunstrichtung. In der Oper ging es ja darum, eine Geschichte auf einer Bühne darzustellen, das auch schauspielerisch und mit Musik zum Ausdruck zu bringen, mit Bühnenbild. Und das sogenannte Oratorium, Orare heißt Beten, war das Gegenstück zur Oper. Es wird zwar auch eine Geschichte gespielt, es fehlt aber das Bühnenbild. Es fehlen die handelnden Figuren. Die werden nämlich nur jeweils gesungen. Es gibt auch einen Chor und es gibt ein Orchester und eben die Figuren, die auftreten in Form von Solistinnen und Solisten. Das Weihnachtsoratorium ist aber in Wirklichkeit kein Oratorium, sondern es besteht aus sechs Kantaten. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, dass Kantaten eigentlich kirchenmusikalische Werke sind, die in der Kirche innerhalb eines Gottesdienstes aufgeführt werden. Und die Funktion einer Kantate war, den Inhalt dieses Sonntags, also den liturgischen Inhalt, quasi als eine Geschichte oder als musikalische Form darzubringen, so dass die Gläubigen in eine Betrachtung, in eine innere Meditation gerieten. Und Johann Sebastian Bach hat um die Weihnachtszeit für sechs verschiedene Festtage um Weihnachten, eben in 1734-35, sechs solcher Kantaten komponiert und die werden heute als sogenanntes Weihnachtsoratorium entweder in Teilen oder als gesamte Komposition aufgeführt. Ja, dieser sehr typische Anfang in den Pauken, dieses Bamm-Bamm-Bamm-Bamm-Bamm, diese Quart hier ganz zu Beginn, die ja ein sehr typisches Intervall für Pauken sind, übrigens hier gleich fortgeführt, und zwischendurch die zwei Flöten, die so eine Flatterbewegung machen, und dann die zwei Oboen, die eine Flatterbewegung machen, und dann, wenn die Trompete eins und zwei und später die dritte, das sehen wir jetzt hier nicht, so Fanfaren, Dreiklänge, aufwärts spielen, stürzen sich die Flöten und die Streicher, stürzen sich durch die ganze D-Dur-Tonleiter nach unten, sie werden dann übernommen in der zweiten Geige, in den Bratschen und in den Celli-Kontrabass, und der Chor setzt dann später ein. Ja, was macht der Chor? Der Chor jauchzt und frollocket, und zwar mit dem Pauken-Motiv. Jauchzet, frollocket, in einer tiefen Lage, wir haben hier wieder diese Pauken-Quart, dann einen Dreiklang auf, preiset die Tage, das ist D-Dur, und dann kommt das Jauchzet in einer hohen Lage, jauchzet, also wirklich das Jauchzen, das zeigt er in einer sehr hohen Lage. Wir sehen wieder das Flatter-Motiv der Oboen oder Flöten, und wir sehen auch die sich herunterstürzenden 32. in den Flöten und in den Streichern, und hier oben beginnt wieder die Fanfare der Blechbläser. Also wir haben genau dieselben Motive, wie wir sie ganz in den ersten Takten gehabt haben. Das Ganze ist in D-Dur, und es gibt einen Film auf Klusis Musikunterricht, auf diesem Channel, zum Thema Affektenlehre im Barock, und da erkläre ich Ihnen, dass D-Dur eben eine königliche Tonart ist, eine Tonart eines Königshofes, eine Tonart des Festes, eine freudige Tonart. Das können Sie dort alles nachhören. Affektenlehre im Barock. Hier sehen Sie den Anfangschor aus der Kantate, Tönet ihr Pauken, Bachwerkverzeichnis 214, eine Kantate, die er ein paar Jahre vorher geschrieben hat, und zwar zum Geburtstag der Chorfürstin von Sachsen, und der Text heißt Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Und wie Sie unschwer feststellen können, ist das eigentlich musikalisch genau dasselbe wie beim Weihnachtsoratorium. Das heißt, Bach hat hier eine frühere Idee aus einer Kantate, wo es, wie gesagt, um einen Geburtstag einer Herrscherin geht, hat er übernommen und nimmt jetzt denselben Lobpreis für das Jesuskind an der Krippe. Das war zu dieser Zeit sehr, sehr üblich und wir müssen auch daran denken, dass Bach natürlich unter einem enormen Stress war, auf jeden Sonntag, auf jeden neuen Sonntag, wieder eine Kantate schreiben zu müssen, so dass er eben auch alte Musik von ihm auch wieder verwendet hat. Das macht er bei sehr vielen Kantaten in verschiedenen Kombinationen. Wir sehen auch hier, dass der Text sehr gut zu diesen musikalischen Motiven passt. Also nur zum Beispiel Tönet ihr Pauken passt eigentlich besser als Jauchzet, Freulocket, weil es ja eben dieses Pauken-Motiv ist. Und dann erschallet Trompeten. Das ist ja eigentlich genau das Motiv, das die Trompeten dann auch wirklich spielen. Diese Technik, dieses Übernehmen von bestehender Musik in einen neuen Kontext, dieser Technik sagt man Parodie-Technik oder Parodie-Verfahren. Erschallet Trompeten. Sie sehen hier auf dieser Darstellung ganz verschiedene Naturtrompeten. Das sind solche, die zu Bachs Zeiten hätten gespielt werden können. Naturtrompeten verfügen noch über keine Ventile, wie wir das heute kennen. Und deshalb ist dieser Anfang für die Naturtrompete sehr schwierig zu spielen. Es sind im Grunde genommen nur Naturtöne spielbar und die Tönen zum Beispiel so. Und bei Tönet ihr Pauken wären das zu Bachs Zeiten eher solche Pauken gewesen. Hier, ich mache sie mal ein bisschen gelb, also Kesselpauken, die stimmbar sind durch so Flügelschrauben und nicht unsere modernen Pedalpauken, die schon chromatisch spielbar sind. Was Sie hier in der Mitte sehen, das ist keine Pauke. Ich weiß, dass wir in der Schweiz sagen, das sei eine Pauke, wenn eine Blasmusik an uns vorbeimarschiert. Aber in Wirklichkeit ist das eine große Trommel. Eine große Trommel hat immer zwei Pfähle oder hat einen offenen Kessel, je nachdem. Hingegen die Pauke, die hat einen geschlossenen Kessel. 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 Der Tenor setzt ein, der Bass setzt ein, der Alt und der Sopran. Der Sopran ist sehr komplex, polyphon gemacht. Der B-Teil eher in einem Moll-Charakter. A-Moll als Paralleltonart zu D-Dur. Und nach diesem B-Teil wird dann wieder der A-Teil kommen in der Tonart, in der Haupttonart D-Dur. Die Geschichte beginnt. Der Eingangskor ist zu Ende. Und wenn eine Geschichte beginnt, wenn jemand etwas erzählt oder wenn Menschen miteinander sprechen, in einer Oper oder in einem Oratorium oder eben wie hier in einer Kantate eigentlich, dann gibt es einen Evangelisten, der Erzähler. Und der singt in der sogenannten Form eines Rezitatives, singt er die Geschichte. Und der Text ist jetzt eins zu eins übernommen aus der Bibel. Bevor wir das hören, möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass diese Teile, also zum Beispiel Eingangskor, wie Sie hier links sehen, oder eben Rezitativ, die Arien, Chöre oder Choräle, die kommen in all diesen Gattungen, Oper, Oratorium oder eben auch Kantate vor. Das sind sozusagen die musikalischen Teile, aus denen diese großen Gattungen bestehen. Jetzt aber zum Rezitativ und zum Evangelisten. Sie sehen, ein Rezitativ wird hier begleitet durch eine Bassstimme. Das kann ein Cello sein und die Harmonien werden gemacht durch eine Orgel oder und oder eine Laute. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Rusko ausging, das aller Welt geschätzt wird. Und jedermann ging es, er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galibäa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißen zu bieten. Darum, dass ihr Horn im Haus und Geschlechter David war, auch dass sie sich schätzen ließen mit Maria, sein Vertrauten bleiben, die war schwanger. Und als sie war selbst, wann kam die Zeit, dass sie gewöhnen wollten. Auf dieses Secco-Rezitativ, trockenes Rezitativ, folgt ein Rezitativo Accompagnato. Was das genau ist, schauen Sie doch bitte im Film nach die Oper, die es auf dem YouTube-Channel gibt. Und gefolgt von diesem begleiteten Accompagnato-Rezitativ folgt jetzt eine Arie, eine Altarie mit dem Text Bereite-Diktion mit zärtlichen Trieben. Ich empfehle Ihnen, ich habe hier den Link drauf gemacht. Klicken Sie doch diesen Link an und hören Sie sich doch das Ganze jetzt im Zusammenhang an, also den Eingangschor zum Weihnachtsoratorium, zur ersten Kantate, dann dieses Rezitativo, noch einmal, dann das Accompagnato-begleitete Rezitativ und dann diese Arie. Eine Arie hat immer ein bisschen einen beschaulichen, komplementativen Charakter. Und auf diese Arie folgt dann ein Choral, also eigentlich ein Kirchenlied. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Da ist schon etwas in diesem Choral, ist ein Kirchenlied, das hier vierstimmig gesungen wird, begleitet. Da ist schon etwas vom Verrat an Jesus am Kreuz spürbar. Wir müssen daran denken, dass Johann Sebastian Bach bereits seine große Johannes-Passion und auch seine größere Matthäus-Passion geschrieben hat und jetzt viel Erfahrung besitzt in der Dramaturgie von kirchenmusikalischen Werken. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und schöne Weihnachten.